Passt nach Hüttelraum rechts, Abwehrspieler offensiv auf der Ballseite. So, und jetzt auch wieder das gleiche System, wie wir es eben beim Außen hatten. So stehen, dass wir nach innen gewinnen und nach außen weg steuern. So, das ist rechts in der Wind. Das ist auch passend, wenn es zur Hand freikommt. Und das schaffst du. Klar? So. Gleichzeitig, bzw. jetzt, wenn du nicht nach innen und nicht nach außen kannst, kannst du immer noch mal nach außen spielen. Ja, passt außen, passt außen. So. Und jetzt, wenn da außen ist, ist halt die Extrapenspringstation wieder die Halbe. Und dann singst du nicht zurück, sondern bekommst aus der Position schlägt und kriegst dich dann nicht zu vorne. Ja. So. Jetzt müssen wir anfangen, mich um den Ball zu drehen, sonst kriegst du ihn nicht. Du bist klar. So. Keine Möglichkeit, da rein außen. Zack. So. Oh. Hm. Schon abisch. So. Zack. Weg. Und dann drehe ich schon nach dem Zug. Bisschen gespielt von der Herzen. Ich bin bei euch. Ja. Vorbei da. Und in den Hunden. Ach so. Und wir versuchen, dass ihr nicht aus dem Schatten rauskommt und dann nach weit. Ja. Das sind nur 30 Sekunden. Wenn du 30 Sekunden hatten, dann müssen sie sich erlauben. Er hat sich nicht erlaubt. Wenn ihr mal 30 Sekunden wirklich spielen könnt, spielst du in der Kapitänik. Und dann schaust du die Füße auf deiner Seite. Zack. So. Stell dir nach. Weg. Achtung. Zack. Drüben raus. Zack. Innen weg. Nach außen steuern. So. Wenn der Ball drüben ist, mit dem du hier rein. Hand dran. Und jetzt noch. Wie im Spiel eigentlich auch. Ich hab Reiß. Weil, wenn man da reinrutscht, denkt man ja dann, vielleicht Reiß oder wer der da steht. Ist klar? So. Wenn der Ball wieder kommt, geht's wieder raus. Und dann kommst du zurück. Und die Schacht Reiß. Und so geht's hin und her. Wisst ihr was? Das ist echt. Das ist keine Verarschung. Ich glaube, ihr könnt das gut wieder erklären. Deshalb gehen wir den Hand greifen und den geht am der Raum. So. Mein ich so. Mein ich so. Nein. Musst du dir die ganze Zeit sagen. Aber im Spiel wäre es halt schon wichtig, oder? So. Okay. Hanna. Passen, passen, passen. So. Kommst du mir. Zack. So. Hoch und schwellen. Hoch und schwellen. Jawohl. Super schön. Weiter. Und dann haben wir Kreis. So. Hoch und schwellen. Zack. Passen, passen, passen. Jetzt auch du hast beantworten. Du spielst du zu jemandem, der wirklich steig ist. Und wenn Hanna jetzt noch reist, spielst du mit dem Lied. Und jetzt gehen rüber. Alles klar. Und los. Passen, passen, passen. Passen. Ja. So. Weiß man nicht so genau. Hoch und schwellen. Und rüber. Rüber, rüber, rüber. Sinken. Zack. Und da sind wir. So. Ich mache ein Tor. 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 Dann gehen wir wieder. Und dann gehen wir wieder. Und dann gehen wir weiter. Weiter. Und dann gehen wir weiter. Passen, passen, passen. Hopp. Hopp. Schnell. Weg. Weg. Zack. Und weg. Und los. Hoch und schwellen. Mitnehmen. Jawoll. Und wieder kommen. Zack. Und weg. Okay. Und stopp. Ja, u säß. Da kriegen wir. Dann können wir wieder kommen mit dir in. In Ellen Art.